Ja, was soll ich sagen, ne? Ich bin grad ziemlich abgefuckt, wegen privater Komplikationen, aber bei mir gibt's natürlich nur freundlichen Service mit freundlichem Gesicht. Freundlicher Service mit freundlichem Gesicht. Genau, hier gibt's keine Bad Vibes, hier gibt's nur Positivity und Blümchen und Blumen und Wiesen und schöne Frauen und jaja, nur Positives, nur Gutes heute. Na, wo bin ich denn hier? Ist das etwa das Squid Game? Und was hab ich denn hier? Sind das etwa Adminrechte? Oh, wie etwa Adminrechte? Oh, rotes Licht, grünes Licht. So, abfahrt jetzt, Los Santos, hallo. Warte mal, da war noch mehr. Sekunde, Sekunde. Oh, ich leake das ganze Squid Game in GTA RP. Ich leake hier alles. Alles wird geleakt, hallo, guck mal. Oh, was ist das denn hier? Oh, rotes Licht, grünes Licht, hallo. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Okay, schnell weg hier. Genug geleakt. Einfach weg. Weg. Ja, was soll ich sagen? Ich hab Adminrechte und wir gucken mal, was wir so finden, right? Oh, ich bin noch nicht auf dem TeamSpeak. Oh, oh, shit. Was ist das für ein hässlicher Golf? Ne, das geht nicht. Das geht nicht. Entschuldigung, stopp. Das geht so nicht. Ähm, Entschuldigung. Ja, ja. Was ist das für ein hässlicher Spoiler? Warum? Was ist das für ein hässlicher Spoiler? Gehört das auf einen Golf? Was ist das? Golf R? Gehört dieser Spoiler da drauf? Ja. Würdest du den bitte entfernen? Soll ich machen? Willst du mich kommen? Ich flieg mit. Ich guck mir das an. Ja, okay. Später. Klappt nicht, oder? Ach, der besiegt den Platz hier. Ähm, Entschuldigung. Wir haben hier einen akuten Modenotfall. Der Golf sieht absolut hässlich aus und müsste sofort hier rein. Könnt ihr vielleicht kurz Platz machen? Ja, das Problem ist, ich hänge gerade im Menü fest. Das können wir klären. Das ist kein Problem. Ich komm hier nicht mehr raus. Ich stecke hier raus. Ja, macht nichts. Ich kläre das schnell, ja? Super. Äh, du müsstest einmal aus dem Weg. Äh, einmal bitte aus dem Weg. Platz machen. Äh, renn in die Olga, Junge. Der ist zu fett. Der passt da nicht rein. Der passt da nicht rein. Kein Problem. Kriegen wir hin. Einmal bitte Platz machen. Modenotfall. Hässlicher Golf. Äh, der hängt im Menü fest. Ach, der. Hallo? Der Typ will seinen Golf tunen. Der hat einen verdammt hässlichen Spoiler drauf. Was soll ich denn machen? Sorg mal dafür, dass das mega teuer wird. So 10 Milliarden? Ja, genau. Und du sorgst schon dafür, dass ich nicht gewandt werde? Nee, ich bin Atmen. Ach so, ja gut. Dann super. Ach du Scheiße. Was wollen die denn alle hier? Ja, dann würde ich das Fahrzeug einmal kurz beschlagnahmen. Und mich verarschen? Ja, ja. Das geht nicht. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Stopp. Abbruch. Äh, hallo. Entschuldigung. Raus. Was soll ich raus? Rausfahren. Warum? Oder hat es doch kein falsches Ding? Du sollst rausfahren. Sofort. Nichts, nee. Der ist einfach nur OOC-Mäd. Ach, was für OOC-Mäd. Digga, was, 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 was kommt hier jetzt mit deiner Support-Support-Skleidung? Ja, nein. Nein. Nicht sein. Rechtes. Raus. Dann kostet das 999.999.999.999.000 Quadrillionen. Okay, Entschuldigung. Alter, du Scheiße. Ach, sie möchten noch eine zweite Rechnung? Das ist der Kerl. Ach, sie wollen noch eine dritte. Oh, da ist er doch. Was ist denn hier los? Dein Ernst? Willst du das wirklich machen? Spaß, Spaß. Sorry, sorry. Ey, ey. Willst du das wirklich machen? Nein, nein. Ja, ich habe ein anderes Problem. Sorry. Ey, ey, ey. Hallo, ey. Ey, Admin. Du kannst doch sicher Trucks aufmachen, oder? Wir haben zwei fette Trucks voller Weed gefunden. Brauche ich niemanden, der sie uns aufmacht. Welche Trucks? Wo sind die? Beim Weed Farmer. Und wo soll die Weed Farmer sein? Ja, komm mit. Willst du mitkommen? Willst du mitkommen? Jo, ich komm mit. Okay, abwarte, komm mit. Ein paar Sekunden. Ah. Ja, wir sind auch Halloween. Also, so Front, aber ist nicht eigentlich Halloween. Ach, egal. Ich gehe jetzt wieder. Tschüss. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Die Trucks, Digga. Ihr Wichs, Alter. Alles wegen euch. Ganz weg umsonst. Ey, aber die Trucks stehen noch hier. Ey, da ist noch ein anderer Auto. Das ist noch ein anderer Auto. Jemand ist hier. Wo? Wo? Da links ist doch ein Auto. Seht ihr blind oder was? Ey, ich stehe bleiben. Hände hoch. Hände hoch. Stehen bleiben. Hände hoch. Ich habe das Auto einfach entfernt. Ich habe das Auto mit entfernt. Scheiße. Warte, ich muss das Auto irgendwo hier abstellen, dass die nicht merken, dass ich hier drin war. Patrick, ja, er ist geblieben. Komm mit, bitte. Das sind zwei fette Trucks bei Gott. Nein. So, wir lassen dich stehen. Ach ja. Ach ja. Was ist das? Was ist das und was tut er da? Ich weiß, was ich tue. Ich weiß genau, was ich mit ihm tue. Aua. Hallo. Oh Gott. Hallo. Ach nee, das war das Kiddy. Hallo. Könntest du mir Geld geben? Ey, Patrick. Kannst du mir Money geben? Oder kannst du mir ein cooles Auto geben? Bitte. Gönn mal ein Auto. Irgendein krasses. Ey, redet doch. Patrick. Ah, das ist ein Panzer. Geil, das Auto. Geil, das ist ein Mann. Nächstes Mal nicht so frech, ja? Nicht so vorlaut. Oh, da wird es geschlagen. Echt nicht? Okay, tut mir leid. Sorry. Okay, ich habe nichts gesagt. Tschüss. Könnt ihr euch einfach verbissen? Könnt ihr einfach weglaufen jetzt bitte? Ich habe jetzt... Ja, ich auch nicht. Weiter. Ja, einfach wegrennen. Renn einfach weg. Renn einfach weg. Ja, einfach wegrennen. Renn einfach weg. Keine Suppe. Ey, nehm es uns mal bitte mit. Oh, was wollt... Hilfe! Hilfe! Ey, nein, bitte nicht auf den Macefake Tower. Nein, 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 bitte. Alles aus dem Ort. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Nein, bitte! Bitte! Der andere muss auch da hoch. Stopp! Stopp! Anhalten! Stopp! Ich bin der Freund! Ich bin der Freund! Kann ich ein Auto haben? Ey, Wico, wie geht es dir? So, ich wünsche euch noch einen angenehmen Aufenthalt. Viel Spaß! Tschüss! Ich grüße Sie, Klasse 7a, Kappa. Ich habe eine Idee. Lass sie leben. Du scheiße Handboy! Nein, ich bin kein Handboy! Ich habe eine Idee. Apfelsaft, kannst du den Schwarzen mitnehmen? Ich nehme den Weißen mit. Wir spielen jetzt das Squid Game mit denen. Und wer verliert, wird gebannt. Wer von denen verkackt, wird einfach entfernt. Ne, ne. Ich spiele jetzt um euer Leben auf dem Server. So, wie sieht das aus mit der Kollision? Sekunde. Ah ja, das funktioniert noch. Okay, perfekt. Scheiße. So, meine Freunde. Perfekt. Ich habe das hier noch. Ich habe noch nie. Ja, Digga. Das ist so wie... Geh einfach. Ja, ja, Aua. Ich weiß, reinfolgen. Als erstes das, dann das, dann lebe. Ja, Digga, als ob du alle 16 nimmst. Ja, okay, probier es. Wenn du es weißt, dann mach mal. Mach vor. Mach vor. Ja, jetzt hopp. Keine Diskussion mehr. Hallo, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Doch, das geht. Das schafft man. Das schaffst du. Ja, mach es zuerst. Ja, also somit, somit hat es sich entschieden. Dann würde ich dich jetzt bitten, ihn zu entfernen. Herr Winkler. Herr Winkler. Ey, Herr Winkler. Herr Winkler. Herr Winkler. Das ist... Das ist... Er will mich tasern. Jetzt wird hey, richtig rambazamba gemacht, Junge. Warte, wo sind die hin? Ach, da drin sind die. Problem gelöst. Er hat abgeschlossen. Entschuldigung. Klopf, klopf. Du hast die umgebracht. Beide? Ja, du hast die umgebracht. Guck doch rein. Ach, scheiße. Oh Gott, nein. 12 Sekunden später. Ich kann doch konnisch singen, wie Knossi. Wieso nicht? Warte, sing für mich. Ich sing für dich. Ich sing für dich. Kannst du... Hey, kann ich mir was wünschen? Äh, warte, komm mal, komm mal grad mit nach oben. Du kannst polnisch, ne? Ich kann sowohl polnisch sprechen, als auch singen. Kannst du auch polnisch Kau singen? Tylko jedno w głowie mam. Koks u pięć gram. Od leciec sam. Kraina zatem mienia. W głowie myśli mam. Kiedy skonczy się ten stan. Ty już nie będę sam. Powiede, biały węnoz. Ich danke dir. So, ich hab mir jetzt ein kleines Soundboard gebastelt. Für Patrick. Aber, ähm, ich muss gucken, ob das funktioniert. Ich brauche irgendeinen Testkandidaten. Ich brauche irgendjemanden, an dem ich das Soundboard testen kann. Äh, Patrick? Nein, hier ist Patrick. Wie geht's, Patrick? War doch klar, dass du sowas sagen würdest. Dumme Leute haben meistens überhaupt keine Ahnung davon, wie dumm sie eigentlich sind. Okay, ähm, ja, danke, ne? Ich liebe sie. Ich seh auch Patrick. Tschüss, Patrick. Okay, es funktioniert. Patrick? Patrick! Patrick? Nein, hier ist Patrick. Ist da die krosse Krabbe? Oh nein, hier ist Patrick. Ist da die krosse Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Na, buchst doch jemand. Oh no. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Sind meine Handschein Instrumente? Nein, Patrick. Nein, es ist kein Instrument. Nein, er hat sich auch nicht. Nein, bleib stehen. Warum ist der tot? Äh, weil grad so ein Schlecher reinkam und den zusammengeschlagen hat. Magst du ganz kurz, äh, ein Gott rufen, bitte? Lass mich mal nen Blick drauf werfen. Es ist eingestellt auf N für Mini. Wir stellen es einfach um auf W für Bambo. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Ungelohnt. 20.000 Grad auftaucht. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Natürlich. Natürlich. Und auch ein Zeitwort. Oh Mann. Es müssten viel mehr Spiele auf dem Server sein. Das ist so sad. Das ist so schade. Weil ich habe ja jetzt fast alle schon erwischt. Oh, ihn noch nicht. Das sind auch Leute. Das sind Leute. Aber wen würden Sie es mehr zu spielen? Junge, Patrick. Warum ist hier Patrick? Patrick, geh mal weg, Junge. Patrick, was geht? Patrick? Dieses Kitty, den habe ich... Ich will... Bitte... Ach komm, bitte. Patrick, Sie kennen mich doch. Ich weiß, wer Sie sind. Ich habe Squid Game mit Ihnen gespielt. Ich will mal einen Boxkampf gegen dich machen. Aber einen fairen. Können wir einen fairen Boxkampf machen? Du, an die Ecke. Ich an die. Okay. Er wird verlieren. Er wird sowas von verlieren. Wisst ihr auch, warum er verlieren wird? Was? Was ist das für eine Range, Junge? Was war das für ein Klatscher? Das war eine Osmanische Rückhandschelle, Junge. Backpfeife des Todes. Was war das? Bro. What the fuck? Oh mein Gott. Okay, ich revive den Army jetzt und dann lasse ich ihn in Ruhe. Ach du Scheiße. Jetzt gehe ich aber for real. Tschüss. Scheiße. Er ist aber auch nicht der Schlauste. Da kommen wir direkt vom Medic runtergeschmissen. Weißt du, was das Problem ist? Was? Oh nein. Ich hab's kaputt gemacht. Der ist abgefuckt. Er hat gar keinen Bock mehr. Eine Stunde später. Oh oh. Was ist dein O-O? Ey, wie... Ey, verzeih dich nicht zu nerven, wenn du mich jetzt nicht tötest! Oh oh. Und ich zauber meine Reiner Winkler! Ich zauber mein Tier 3-Zamp! Oh. Oh. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Oh, wir haben... Oh nein! Ich hab's kaputt gemacht! Oh nein! Nein, 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 hast du nicht. Hast du nicht, alles gut. Hey, komm Ayuko, lass mal Auto holen. Ich will den zusammen boxen, den Bré. Hey Digga. Komm, steig ein. Ne, nicht du, der andere. Hey, warte. Wie geht's? Warte mal. Lass dir mal liegen. Lass dir mal liegen. Ja, okay. Komm rein hier. Ich weiß, dass du ein Soundblock bist. Ja, genau. Ich kann nicht einsteigen. Du kannst nicht einsteigen. Ich kann nicht einsteigen. Nimm an. So. Problem gelöst. Aber was war das eben mit, du willst mich zusammenschlagen, den Bré? Ja, ich bin Fanboy. Wie ist das? Du wolltest mich zusammenschlagen. Maybe. Das geht nicht. Genau auf diesem Parkplatz werden wir das jetzt ausdiskutieren, ja? Okay. Eywoar. Tschüss. Ne, ne, wir boxen uns jetzt. Eywoar. Wir sind eywoar, Alter. Hör zu. Ja. Du meinst einen fairen Faustkampf, okay? Okay. Aber ich habe ein bisschen Damage verloren. Macht nichts. Bereit? Du kannst mich auch einmal schlagen, komm. Ja. Damit fair bleibt, okay? Faustkampf, ne? Eywoar. Ist mir egal. Okay. Oha. Ja. Ticka. Ja, ja, ist gut, ist gut, nicht schießen. Ach, Mann. Ey, nein, Digga, sei doch kein Fanboy, ja? Ja, du Kälte, Digga, was hast du uns? Ich werde sie finden. Ich werde sie umbringen. Feuer bekämpft man mit Feuer, mein Freund. Feuer bekämpft man mit Feuer, mein Freund. Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. Ja, gut, ist okay. Ja, okay. Ja, oh, ja, okay, in Ordnung. In Ordnung. Ja, ich gebe auf. Ja, ich gebe auf. Mir geht's nicht gut. Mir geht's gar nicht gut. Irgendwann später. Das kann nicht wahr sein.